Ich bin dann oft und immer so aufgeregt, ne? Und ich wollte eigentlich eine halbe Stunde vorher alle fünf Minuten nur ein Gigermeister bringen. Aber heute sind so viele Leute da und das wurde ein Riesenraum. Ich bin nervös gewesen. Und weil ich ehrlich bin, möchte ich euch was sagen. Es war nicht einer. Es war nicht so ein. Es war ein... Es war, drei, vier! Let's go! Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Es ist ein paar Sieg, und sie ist ein paar Sieg, und sie sind ein paar Sieg, und sie sind ein paar Sieg. Und er sagt, Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Berater, die grüßen sich an der Gitarre, den Jungen, sympathisch, teiligtiert, Robio Hora! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und hier! Das ist ja auch ein bisschen. So ist das aus.